Aufregung um Nehammer-Saga, nur Ablenkungstaktik? Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer sprach am 16. Juli am Tiroler ÖVP-Parteitag darüber, dass es gelingen muss, die Inflation EU-weit zu stoppen. Ansonsten würde die Verteuerung in einem Desaster enden. Dazu wörtlich Wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Dieser Nehammer-Saga sorgte für Aufregung und Kritik in den Mainstream-Medien, womit wieder zahlreiche Menschen vom Wesentlichen abgelenkt wurden. Sie konnten sich über das Zitat echauffieren und in sozialen Medien ihrem Unmut freien Lauf lassen. Die Medien der breiten Masse verabsäumten aber darauf hinzuweisen, dass Karl Nehammer und drei Köpfe anderer Parteien die Sanktionen gegen Russland befürworten und mittragen. Dabei sind es doch diese Boykott-Maßnahmen, die maßgeblich zur gegenwärtigen Energieproblematik, Verteuerung und den Gassparandrohungen beitragen. Zu erkennen ist, dass die Bevölkerung von regierungsgesponserten Medien immer wieder auf Nebengeleise geführt wird. In diesem Fall sind die Menschen damit beschäftigt, sich über die erwähnte Aussage zu empören. Doch diese ist ja gar nicht das Problem. Wie die Leitmedien manipulieren, erklärte unter anderem Udo Ulfkotte in seinem Buch Gekaufte Journalisten. Darum ist in unserem Fall klar erkennbar, dass der Großteil der Mainstream-Medien bewusst vermeidet, über die problematische Sanktionspolitik gegen Russland mit ihren Gefahren und Problemen zu berichten. Ebenso gibt es keine Erläuterungen bezüglich der verschiedenen geopolitischen Interessen und Hintergrundmächte. Durch diese Ignoranz werden die großen Zusammenhänge geschickt verschwiegen. Fakt ist, dass Nehammer nur wenige Tage zuvor erneut Alexander Soros in Wien traf. Zeitgleich empfing Österreichs Außenminister Schallenberg George Soros. Wie groß der Soros-Einfluss auf die Nationalstaaten und damit auf die Weltpolitik ist, wurde kürzlich in der Sendung aufgezeigt mit dem Titel »George Soros – Das Netzwerk des Globalstrategen« enthüllt. Da Soros-Aktivitäten wesentlich größere Auswirkungen auf Österreich haben als der Nehammer-Saga, wäre eine Berichterstattung über diese Treffen auch im Zusammenhang mit der Sanktionspolitik und dem entfachten Wirtschaftskrieg von wirklicher Relevanz.